Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency-Video, hier heute auf meinem Kanal. Und ja Leute, freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, denn das ist heute schon das zweite Video auf meinem Kanal. Bevor ihr euch jetzt dieses Video anschaut, falls ihr mein erstes Video von heute noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das auf jeden Fall erstmal auf meinem Kanal an. Ist sehr, sehr wichtig für euch, damit dieses Video jetzt hier auch Sinn ergibt. Ja Leute, Bitcoin befindet sich ja momentan wirklich an einem sehr, sehr interessanten Preislevel, wo sich momentan einfach zeigt, werden wir direkt mit dem ersten Pump es schaffen, den extrem starken Widerstand zwischen 6.000 und 6.800 Dollar durchbrechen können und werden wir dann vielleicht auch noch die 7.000 Dollar durchbrechen und uns dann auch wieder wirklich an sich in einem wirklichen Bullenmarkt zu befinden. Momentan kann es natürlich auch nur sein, dass es hier ein bullisches Movement in einem Bärenmarkt ist. Wir werden uns ein bisschen die Kurse jetzt von einem Größeren, wir werden uns hier mal dieses, das zeige ich jetzt mal den möglichen Cup and Handle hier mal ein bisschen genauer anschauen, den wir hier momentan, der sich jetzt hier vor allen Dingen bilden könnte, eben durch den Widerstand. Da muss man jetzt ganz klar darauf achten, was der Bitcoin in den nächsten Stunden und auch in den nächsten paar Tagen jetzt übers Wochenende machen wird. Ansonsten, ich habe noch ein paar sehr, sehr interessante Artikel jetzt über die letzten Stunden rauskommen sehen, über die ich eigentlich heute unbedingt nochmal sprechen wollte, weshalb ich mir auch gedacht habe, okay, ich mache jetzt heute nochmal ein zweites Video. Natürlich machen wir dann morgen wieder im Video das 50 Dollar Bitcoin Giveaway, was ich hier auch in dem Video gemacht habe. Das heißt, falls ihr daran teilnehmen wollt, einfach mal abonnieren, die kleine Glocke aktivieren und dem Video hier mal einen Daumen nach oben geben und wie gesagt, Bitcoin-Adresse und eure Meinung kommentieren, aber am besten hier unter dem ersten Video von heute. Ansonsten, Leute, meine BitMEX-Position ist natürlich immer noch offen, mittlerweile bei fast 300% im Profit. Fast ein halber Bitcoin habe ich jetzt mit der Position bereits erwirtschaftet, was auf jeden Fall ganz gut ist bei den steigenden Kursen. Schadet auf jeden Fall nicht. Und ich habe tatsächlich auch, weil ich möchte hier in dem Video auch ein bisschen über die Altcoins jetzt reden, wie verhält sich die Altcoin-Season, Bitcoin, die Bitcoin-Dominanz steigt momentan enorm an. Wann ziehen die Altcoins nach? Jetzt denke ich mal, ihr seht ja, die Bitcoin-Dominanz geht hier jetzt die letzten Tage wirklich rasant nach oben und eine Frage, die sich wahrscheinlich viele momentan stellen ist, wann kommt die nächste Altcoin-Season oder kommt noch meine? Auf das Thema wollte ich auch nochmal heute ein bisschen zu sprechen kommen. Ja, als allererstes Mal, was ich auch schon heute im ersten Video gesagt hatte, deshalb, wie gesagt, falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch jetzt auf jeden Fall vor diesem Video erstmal noch an. Wie gesagt, wir haben ja hier ganz klar, kann man ja hier sehen, den relativ wirklich starken Widerstand hier bei diesem Preisleveln. Ja, danach wird es relativ easy. Ich meine, ab 7500 Dollar sind wir dann meiner Meinung nach wieder in einem Bullenmarkt. Ich meine, nach oben hin kommen auch keine wirklich krassen Widerstände mehr. Also nach den 7500 ist eigentlich, sage ich jetzt mal, die Bahn nach oben hin komplett frei. Und was natürlich jetzt sehr, sehr interessant ist, ist, dass wir jetzt hier momentan, wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, wirklich, wir sind hier wirklich komplett, das ist eine Hyperbe, ja, das ist komplett Parabolic Movement, was wir hier gerade sehen. Und wo gerade viele von ausgehen, sagen, okay, dieses Parabolic Movement, das kann so nicht weitergehen. Ja, das kann nicht immer so weitergehen, sonst befinden wir uns irgendwann einfach nur noch in einer Gerade. Das stimmt natürlich, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass wir jetzt nochmal irgendwie großartig zurückfallen müssen. Man darf nicht unterschätzen, bei den meisten Leuten im Markt setzt jetzt gerade die Euphorie an. Keine Frage. Die meisten Leute, wir befinden uns jetzt beim wichtigsten Preislevel eigentlich, was da, sage ich jetzt mal, entscheiden wird, ob wir jetzt vielleicht schon in den nächsten Wochen einen Bullenmarkt sehen werden, ja. Bei diesem Preislevel befinden wir uns, die meisten Leute, die jetzt gerade aktiv im Cryptospace sind, sind natürlich irgendwie hier bei den 3000, bei den 3000 bis 4000 Dollar Leveln eingestiegen. Ja, sieht man hier ja auch, da war extrem, extrem großes Kaufvolumen. Das heißt, hier sind extrem viele Leute, hier in dieser Price Range, sind wirklich extrem viele Leute eingestiegen. Und die haben jetzt natürlich, vor allem die neuen Leute, haben natürlich jetzt direkt hier diesen Hype komplett, einen 100% Move an sich wirklich direkt mitgenommen und wissen daher natürlich auch, sind von der Euphorie auch gepackt. Das heißt, was ja schon mal ganz, ganz klar sicher ist und weshalb ich jetzt auch der Meinung bin, dass wir den Boden bei 3100 gesehen haben, dass wir nicht mehr da drunter fallen werden mit dem Bitcoin-Kurs, ist einfach, dass all diese Leute jetzt, die hier gekauft haben, bereits diese Euphorie erlebt haben und selbst wenn Bitcoin hier nochmal runtergehen würde, dadurch, dass sie wissen, okay, es kann jeden Moment innerhalb von wenigen Wochen komplett abgehen, werden sie bei diesen Preisleveln dann eher hier nachkaufen, anstatt zu verkaufen. Was wir natürlich haben, wir hatten diese gleiche Accumulation Phase, also das gleiche, wo extrem viele Leute eingestiegen sind, natürlich hier, genau hier, um die 6000 bis 7000 Dollar. Das sieht man ja hier auch ganz klar und deshalb ist natürlich jetzt hier ein starker Widerstand, weil viele Leute, die natürlich hier diesen ganzen Frust mitgenommen haben, nachdem sie hier eingestiegen sind, sind jetzt vielleicht auch bereit zu sagen, okay, hey, ich möchte jetzt hier raus, ich möchte einfach break even aus dem Market rausgehen. Das ist der Widerstand, den wir hier natürlich momentan haben. Aber, was ich sagen muss und weshalb hier auch dieser Widerstand meiner Meinung nach schwächer ist, als dieser Support, den wir hier unten haben, ist, dass die Leute, die hier die Verluste gemacht haben, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Das heißt, die Leute haben das mittlerweile verkraftet, haben vielleicht selber hier nochmal nachgekauft, also haben hier in den Markt reingekost-averaged auf dem Weg nach unten und sind jetzt auch von dieser Euphorie gepackt. Dagegen kann man nicht viel tun, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, sich von dieser Euphorie nicht packen zu lassen. Und deshalb kann man jetzt noch nicht sagen, durch dieses Parabolic Movement, was wir jetzt momentan haben, das war ja wirklich, wir hatten eine Bull Flag nach oben, kleinere Bull Flag nach oben. Jetzt hier auf den kleineren Chart sieht man jetzt hier nicht, aber auf dem One-Hour-Chart hatten wir noch eine Bull Flag. Das ist gerade das Movement, was wir hier gerade nach oben sehen. Das heißt, da muss man natürlich momentan einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt vielleicht einfach mit dem ersten Versuch direkt diesen Widerstand durchbrechen, diese Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering. Deshalb sage ich, wir befinden uns genau jetzt bei dem Preislevel. Deshalb lade ich jetzt auch nochmal ein Video hoch. Wir müssen und wenn man wirklich aktiv im Cryptospace dabei ist, wenn man vielleicht auch aktiv tradet hier, wie gesagt, wie ich auch, muss man jetzt natürlich ganz klar den Markt im Auge behalten, weil die nächsten paar hundert Dollar Price Movement, die wir bei Bitcoin sehen, die werden darüber entscheiden, ob wir jetzt schon früher, also früher als eigentlich jeder erwartet hat, in den Bullenmarkt gehen oder ob sich das Ganze nochmal ein bisschen herauszögert. Wir haben ja natürlich hier auch ein bisschen, wenn man so will, wenn wir uns mal den Weekly Chart anschauen, bildet sich natürlich hier auch an sich ein relativ schöner Cup. Ein Cup, ja. Auch ein Chart-Pattern ist euch vielleicht bekannt, ansonsten könnt ihr es natürlich mal googeln. Cup and Handle. Und was natürlich jetzt hier passieren kann, ist, wenn der Widerstand hier noch zu stark ist, dass wir einen Cup and Handle-Pattern formen und wir dann hier mit der Handle, und da glaube ich, gehen wir nicht weit runter. Da gehen wir, denke ich mal, noch so auf die 5.500 Dollar. 5.500 Dollar und bouncen dann. Und damit würden wir dann diesen fetten Widerstand hier durchbrechen und über die 7.500 Dollar auch hinausschießen. Aber das ist natürlich, das kann man jetzt natürlich noch nicht allzu gut sagen. Man muss natürlich sagen, bis jetzt ist der Widerstand bei 6.000 viel, viel schwächer, als eigentlich jeder erwartet hat. Also ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass wir großartig über die 6.000 Dollar gehen. Natürlich wusste man, okay, es ist natürlich, der Widerstand ist nicht Punkt auf 6.000 Dollar. Das war, denke ich mal, jedem klar. Jedem war klar, hey, wir können noch 1.200 Dollar über die 6.000 Dollar gehen. Aber dass wir, ich meine, viele sagen 6.400 Dollar, genau da, wo wir jetzt eigentlich gerade sind, wenn ich das Video aufnehme, da sagen viele, hey, wenn es da drüber geht, dann sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich meine, wir bewegen uns gerade wirklich Stunde, Stunde weiter über, weiter auf diese 6.500 oder 6.400 Dollar zu. Und ich meine, es sieht jetzt auch nicht unbedingt danach aus, als könnte man dieses Movement hier, was wir momentan haben, nicht weiterführen. Ich habe immer wieder gesehen, dass hier riesige Volumen an Shorts gemacht wurden, die wurden direkt komplett wieder ausgenockt durch ein gewisses Preis-Movement. Das heißt, es sieht natürlich momentan alles sehr, sehr bullisch aus. Trotzdem, wie gesagt, haltet jetzt die nächsten Stunden im Auge den Bitcoin-Kurs, wenn ihr dafür Zeit habt. Ansonsten, wenn ihr nur langfristig haltet, dann ist das Ganze jetzt nur, damit ihr ungefähr natürlich wisst, was Sache ist. Aber es kann wirklich gut sein, dass wir hier einen Cup and Handle haben und wir dann hier von den 5.500 ungefähr nochmal bouncen. Bei den 5.500 Dollar hätte ich dann auch vor, eine sehr, sehr große Long-Position zu eröffnen mit einem nicht allzu hohen Hebel. Weil klar, es kann natürlich sein, dass wir nochmal auf 5.000 Dollar oder sowas, aber mit einem Zehnerhebel oder so, würde ich diese Position dann eröffnen, würde ich wahrscheinlich dann auch in einem Video machen. Aber jetzt müssen wir wirklich erstmal die nächsten Stunden und wahrscheinlich auch über den gesamten morgigen Tag erstmal wirklich ganz genau beobachten, werden wir es vielleicht mit dem ersten Versuch direkt schaffen, diesen ganzen Widerstand hier zu durchbrechen. Denn die Euphorie im Markt ist gerade sehr, sehr groß. Auf allen Social-Media-Kanälen wird getweetet ohne Ende. Auf allen News-Plattformen kommen Artikel raus. Bitcoin hat die 6.000 Dollar durchbrochen. Das heißt, die News, die wir jetzt haben, ist sehr, sehr bullish. Die News, die hypen alles sehr, sehr hoch. Und Leute, die jetzt noch in den Markt reinkommen, sind halt neue Leute. Und die lassen sich natürlich von der Euphorie direkt mitreißen. Deshalb kann man gar nicht sagen, hey, wir haben hier diesen Widerstand. Die Leute, die wie gesagt hier gekauft haben und jetzt gerade Break-Even rausgehen, das kann, man sieht ja die Volumen. Viele Leute gehen hier gerade schon raus. Die Leute, die hier gekauft haben, in diesem Bereich und sich gesagt haben, boah, sowas wie das hier, das will ich nie wieder erleben mit meinem Geld. Ich bin jetzt froh, dass ich, sag ich jetzt mal, Break-Even hier aus dem Markt weggen kann und den Stress nicht mehr habe. Diese Leute gehen hier raus, aber werden eigentlich kontinuierlich eigentlich direkt wieder mit Buy-Orders gedeckt, einfach aus dem Grund, weil eben die News gerade, die ganzen News-Seiten, Mailing-Services, News-Channel, wie gesagt, Twitter-Nutzer, auch YouTuber wie ich, einfach Influencer in dem Space natürlich auch und Persönlichkeiten, auf die Leute hören. Naja, da gibt es gerade nur bullische Artikel, die momentan jetzt so in den letzten paar Stunden rauskommen. Das heißt, diese ganzen Leute, die jetzt hier gekauft haben und jetzt rausgehen wollen, die werden halt zum größten Teil momentan wieder gedeckt, weil eben so viel positive News rauskommt und weil eben die ganzen Leute, die hier unten eingestiegen sind, alle super, super euphorisch sind. So, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn wir jetzt nochmal einen Pullback haben, dass das dann halt eben Cup-and-Handle wird mit keinem großen, mit nicht irgendwie einem Preis nochmal von 4.200 Dollar oder so, sondern wir vielleicht nochmal die 5.500 oder sowas sehen. Aber wie gesagt, ich sage euch ja in meinen Videos, seit 3.200 Dollar, fangt an in den Markt rein zu Cost-Averagen, fangt an rein zu Cost-Averagen, weil das hier war natürlich wirklich die komplette Kapitulation, wenn man es wirklich so will. Kommen wir jetzt aber noch auf ein paar Artikel zu sprechen. Als allererstes mal, Tim Draper, habe ich ja auch schon ein, zwei Mal ein Statement von ihm in meinen Videos eingebaut. Er hat tatsächlich gesagt oder geht davon aus, er ist ja selber ein relativ großer Venture-Capital-Investor und ist ja auch immer mal wieder in Interviews zum Beispiel von Fox Business zu sehen, was natürlich Fox Business klar, das erreicht Leute, die vielleicht noch gar nicht im Crypto-Space drin sind und wenn die dann natürlich hier hören, dass er sagt, okay, bis 2023 ist sein Statement, bis 2023 geht er davon aus, dass Bitcoin 5% des gesamten Market-Shares ungefähr haben wird, was natürlich jetzt nicht all, es ist natürlich extrem, extrem viel, aber für die Technologie, die es ist, ist es nicht so groß. Er sagt auch natürlich, it's a better currency, it's decentralized, open, it's transparent, everybody knows what happens on the Blockchain. Das heißt, es ist einfach das Geld der Leute, es ist das Geld der Leute, das ist einfach so und das sagt er natürlich auch und wenn es halt 5% Market-Shares von der gesamten Weltwirtschaft oder vom gesamten, im Endeffekt, wenn es Cash ersetzt, natürlich, wenn man da noch rein spekuliert, kann Bitcoin natürlich noch viel, viel höher gehen, aber sagt er halt auch wirklich, dass er davon ausgeht, dass wir bis 250.000 Dollar Bitcoin sehen werden, ja und die Leute, die so ein Statement ja zum Beispiel jetzt bei Fox Business hören und dann den Bitcoin-Kurs sich anschauen und da sehen, Alter, der hat einfach mal über 100% mittlerweile im Jahr 2019 gemacht, der Bitcoin und dann sehen sie, dann hören sie von, sage ich jetzt mal, Leuten, die auch eine gewisse Reputation haben, hören sie, oh jo, Bitcoin wird auf 2500 Dollar gehen, dann denken die sich natürlich so, oh, vielleicht sollte ich jetzt doch mal einsteigen, bevor ich den letzten, bevor der Zug in Anführungszeichen wirklich abgefahren ist, weil Leute, die hier gesagt haben, oh nein, hier, es wird noch weiter runter gehen, das sind die Leute, die genau jetzt hier ungefähr einsteigen werden, wisst ihr, was ich meine, das sind die Leute, die einfach mal 100% auf der Straße liegen lassen haben, weil sie sich gesagt haben, ey, geht weiter runter und sich jetzt erst mit der Euphorie packen lassen, ihr meint, ihr seht es jetzt gerade, meine Position ist mittlerweile bei 300%, das Ganze geht hier wirklich live im Video richtig nach oben, ich bin gespannt, vielleicht wird es ein bisschen längeres Video werden, weil wir jetzt hier einfach live im Video verfolgen können, wie sich Bitcoin gegen den Widerstand schlägt, ich habe natürlich noch ein paar andere Newsartikel, auf die ich eingehen will, Germany plans major digital token regulation effort in 2019, das ist natürlich eine sehr, sehr gute News, ihr wisst, viele der großen Investoren, viele der Firms und so weiter und so fort, die brauchen einfach Regulationen, ja, das ist das richtige Wort, ich war gerade kurzer Aussetzer, um eben in den Cryptospace wirklich einzusteigen und auch mit Kundengeldern da wirklich gescheit einsteigen zu können und dass das Ganze halt nicht einfach irgendwie gehackt wird und so weiter und so fort oder sie, die da irgendwelche Fehler machen, da muss natürlich der Markt einigermaßen reguliert sein und Deutschland plant jetzt tatsächlich, dass das Ganze so ein bisschen, das Handelsblatt hat das auch hier veröffentlicht, plant jetzt tatsächlich einen größeren Aufwand in 2019, um eben zu versuchen, die ganzen Digital Tokens, diese ganze Industrie, sage ich jetzt mal ein bisschen, zu regulieren, dass eben auch Germany plans to introduce draft regulations, und Blockchain, Bonds, ja, dass auch Bonds und sowas kommen können in Deutschland und das ist natürlich eine sehr, sehr gute News, weil das ist einfach das Ding, Deutschland hat vielleicht jetzt so ein bisschen registriert, dass sie nicht, sage ich jetzt mal, das Ganze verpassen wollen, weil das könnte in den nächsten Jahren einen riesigen, einen riesigen wirtschaftlichen Unterschied machen, ob ein Land, sage ich jetzt mal, auf Kryptowährung vorbereitet sind oder eben nicht, jetzt vor allen Dingen mit dem nächsten Bullrun, der ja jetzt, ich meine, es sieht ja alles da noch aus, als würden wir den nächsten Bullrun noch sehen, aber da ist natürlich nicht, da ist natürlich das Ding, das wird auch sehr viel wirtschaftlich entscheiden, auch wenn man jetzt nochmal hier dran zurückdenkt, 5% of the global market, ob ein Land eben bereit ist für diesen Strom von, in Anführungszeichen, neuem Geld und Blockchain-Projekten und neuen Arten von Fundraising und allem, das wird wirtschaftlich auch und auch Startup-mäßig einen sehr, sehr großen Unterschied machen und das ist eigentlich was, was jedes Land eigentlich vorantreiben will, weil das die Sachen sind, wo dann die großen Companies entstehen in den Ländern, die natürlich die Wirtschaft dann enorm ankurbeln. Im Gegensatz dazu, sehr, sehr interessante News, auch mal wieder von Brad Sherman, der hat ja auch schon im letzten Bullenmarkt die ganze Zeit gesagt, Krypto ist Müll und es wird alles zu Zero gehen und was weiß ich und da muss man natürlich sagen, er macht jetzt, er versucht jetzt tatsächlich erneut Bitcoin in, oder generell Kryptowährung in den USA zu bannen, das heißt verbieten zu lassen, er bittet da seine Kollegen jetzt momentan so ein bisschen um Hilfe, bringt natürlich die Argumente, die wir jetzt schon auch seit Jahren eigentlich im Kryptospace gehört haben, das ist das Geld der kriminellen, Leute machen damit nichts als Steuerhinterziehung, wo ihr wisst, macht überhaupt gar keinen Sinn, ich meine, wenn irgendwie Kriminelle irgendwas machen, dann nutzen sie Bargeld, weil Bitcoin kann immer noch zurückverfolgt werden und am Ende werden die Bitcoin irgendwo ausgegeben und egal, wer wieder der Weg ist, man kann von Person zu Person zu Person diesen Weg zurückverfolgen, das heißt, das ist sogar eigentlich noch schlechter, in Anführungszeichen, also es ist wirklich eigentlich sogar schlechter zu nutzen, um irgendwelche kriminellen Aktivitäten zu machen, genau das gleiche gilt natürlich für Geldwäsche oder auch dann natürlich für Steuerhinterziehung, auch nicht wirklich super sinnvoll, das mit Bitcoin zu machen, weil natürlich eben die Blockchain von jedem einsehbar ist und natürlich früher oder später es so sein wird, dass man seine Bitcoin oder zumindest die ganzen normalen Bürger, die damit tatsächlich nichts Kriminelles machen, ich meine, Kriminelle wird es immer geben, die gibt es jetzt auch bei Bargeld und die gibt es auch bei Bankkonten, da ist natürlich dann das Ding, dass diese ganzen normalen Leute auf regulierten Krypto-Exchanges das Ganze machen werden, wo natürlich dann auch einfach, natürlich die Nutzer, nicht die Nutzerdaten, aber natürlich das Finanzamt dann einfach anfragen kann und sagen kann, hey, hat der und der bei euch Krypto verkauft? Das habe ich ja auch immer wieder sage, Leute, wir sehen jetzt immer mehr Regulierung, es ist wirklich wichtig, dass ihr beim Thema Kryptowährung euch auch, wenn ihr da wirklich größer dabei seid, klar, wenn ihr da ein paar hundert Dollar drin habt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich jetzt noch nicht darum Sorgen machen, dass ihr darauf Steuern zahlen müsst, aber wenn ihr wirklich auch, wie ich jetzt zum Beispiel, aktiv tradet und so weiter und so fort, dann haltet euch immer im Kopf, ihr müsst darauf Steuern zahlen, informiert euch da ein bisschen, ich habe dazu auch schon das ein oder andere Video so ein bisschen auf meinem Kanal gemacht, sucht euch im Zweifelsfall einen Steuerberater oder schaut, lest online nach, ich meine, mittlerweile findet man auch alles online von, sage ich jetzt mal, nominierten Personen in Anführungszeichen, das heißt, informiert euch da wirklich gut, weil sobald größere Regulierungen kommen, sobald Exchanges, sage ich jetzt mal, regulatorisch einfach ans Finanzamt abgeben müssen, wer bei ihnen Konten eröffnet hat und das läuft ja alles mit KYC, wie gesagt, will man eigentlich nicht, dass man sich dann da mit seinen fetten Kryptogains, die man vielleicht auch macht, irgendwie ein bisschen das Leben mit dem Finanzamt schwer macht. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante noch, interessante News noch, auf die ich noch eingehen wollte, als allererstes mal, wie gesagt, ist es, was man ja hier auch schon sieht, das hier wäre vor einigen Monaten noch ein super negativer Artikel gewesen, er versucht Krypto zu bannen vom Kongress und bla 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 und erzählt ganz viele negative Sachen auf, aber der Artikel sieht halt mittlerweile jetzt so aus, Bitcoin skyrockets to a 6 month high und absurd ban, ja, da wird jetzt schon gesagt, das ist komplett Schwachsinn, so ein Ban und so weiter und so fort, so ein Newsartikel wäre viel mehr fatt gewesen vor ein paar Monaten noch, das wäre dann eher schlimm dargestellt worden, so ein Event, während jetzt alle nur sagen so, ja, der soll mal versuchen, irgendwas zu bannen, wäre super schlecht für die Wirtschaft von den USA, bla bla bla, wird sowieso nicht passieren, im gleichen Artikel steht noch, dass einfach Bitcoin komplett durch die Decke geht, also, wie gesagt, aus diesem Grund, wie gesagt, sage ich auch, dass es sein kann, dass wir mit dem ersten Versuch das Ganze durchbrechen, ich halte es zwar immer noch nicht für so super wahrscheinlich, aber dadurch, wie gesagt, habe ich die Punkte ja jetzt schon im Video aufgezählt, wisst ihr auch. Ansonsten, Bitfinex, ihr wisst es, da gab es den riesen Skandal, jetzt machen sie ein 1 Milliarden IEO tatsächlich, und es ist tatsächlich einfach so, Bitfinex Share oder Sess, 1 Milliarden in private purchases already sealed for upcoming IEO, das heißt, der IEO ist in Anführungszeichen gelaufen, bevor er überhaupt public war, ja, also, ich finde das wirklich crazy, Bitfinex gibt wirklich keinen F, ja, die machen jetzt auf einmal ein IEO und einfach mit Private Purchases, die nur sozusagen unter der Hand, in Anführungszeichen unter der Hand passieren, von größeren Investoren, da ist einfach dieser Private Sale komplett schon durch, das ist wirklich komplett geisteskrank und da kann man natürlich dann trotzdem vielleicht von ausgehen, dass dieser IEO dann auch vom Preis her danach ansteigen wird, dieser, der, 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 der Lio Utility Token, sage ich jetzt mal, für den Exchange. Da bin ich wirklich mal sehr, 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 sehr gespannt, was da in Zukunft passieren wird. Ich meine, jeder ist ein Tetherwert, wie gesagt, das ist schon, also, der Private Sale endet morgen, ja, und anscheinend im Private Sale ist der IEO einfach schon komplett gefüllt worden. Also, da bin ich wirklich sehr, 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 da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch passieren wird jetzt in Zukunft, was hier mit diesem IEO und der ganzen Bitfinex-Sache mal passieren wird. Da werde ich euch aber auch auf jeden Fall up to date halten. So, war jetzt wieder ein bisschen längeres Video, war das zweite Video von heute. Wie gesagt, falls ihr das erst noch nicht gesehen habt, schaut es euch natürlich mal an. Wenn ihr euch für das Thema Trading interessiert, wie man hier so eine 300% Position innerhalb von einem Tag haben kann und damit logischerweise das eingesetzte Geld einfach mal verdreifacht, dann schaut euch auf jeden Fall mal dieses Video an. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, wie man mit Bitcoin Hebel Short slash Long gehen kann, findet ihr hier auch direkt auf meiner Kanalstartseite. Schaut euch das an. Ansonsten, Leute, wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren, unter dem ersten Video hier Bitcoin-Adresse kommentieren und natürlich eure Meinung zum Video. Gebt beiden Videos von heute einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns ansonsten morgen wieder. Und über die Nacht bin ich mir sicher, dass wir sehen werden, was der Markt, also ich denke mal über die Nacht werden wir dann tatsächlich sagen können, wo sich der Markt in den nächsten Tagen hinbewegen wird. Und was in den nächsten Tagen, in den nächsten ein, zwei Wochen passiert, wird, sage ich jetzt mal, buchstäblich, sage ich jetzt mal dafür verantwortlich sein, ob wir dann jetzt einfach schon Mitte diesen Jahres im Sommer einen Bullenmarkt sehen, was natürlich wunderschön wäre, oder ob sich das Ganze dann doch noch ein bisschen herauszögert mit dem großen Bullenmarkt. Ich würde aber sagen, wie gesagt, wir sehen uns, Leute, haut rein, ciao, ciao.